Doom – The Dark Ages soll das nächste Kapitel der legendären Doom-Reihe sein und exklusiv für die PS5 erscheinen. Je näher der Xbox-Showcase rückt, desto mehr Details kommen ans Licht. Neben Leaks zu Black Ops 6 behauptet ein Bericht von Insider Gaming, dass ID Software den klassischen Sci-Fi-Shooter ins Mittelalter verlegen wird. Hallo und willkommen zurück auf PlayStation Info und Teilen und Abonnieren nicht vergessen. Der Bericht besagt, dass das Spiel BE der kommenden Präsentation enthüllt wird. Der zuvor als Year Zero bekannte Titel war offenbar nur ein Platzhalter und die Entwicklung läuft bereits seit über vier Jahren. Insider Gaming beschreibt The Dark Ages als eine vom Mittelalter inspirierte Doom-Welt, was eine aufregende Wendung für die Serie bedeuten könnte. Diese neue Ausrichtung könnte erhebliche Änderungen für das Arsenal des Doomguy mit sich bringen. The Dark Ages verspricht, die chaotische First-Person-Action, für die Doom bekannt ist, in neue Bahnen zu lenken. Der YouTuber NateTheHate bestätigt den Bericht und fügt hinzu, dass The Dark Ages tatsächlich für die PS5 erscheinen wird. Ein mittelalterliches Setting weckt natürlich Assoziationen mit Schwert und Schild. Und die Aussicht, dass Doom seinen Fokus stärker auf den Nahkampf legen könnte, ist faszinierend. Es wird sicherlich immer noch eine Vielzahl von Waffen für den berüchtigten Doom-Dance geben, aber The Dark Ages könnte sich durch tiefere Nahkampfmechaniken von seinen Vorgängern abheben. Und die Ausrichtung von den Schild. Vielen Dank.